Mein Ende naht. In meiner letzten Stunde empfehle ich meine Seele Gott. Erbarme dich dieses unheiligen Orts. Francis Drake. Was hast du wohl gesucht? Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Was zum Teufel war hier los? Du sitzt fest, Drake! Drake ist hier irgendwo. Roman will ihn tot sehen. Sie sagten, Drake sei gefangen und die Insel sicher. Dötet beide. Ich sag Ihnen doch, Eldorado ist mehr wert, als Sie sich jemals vorstellen können. Ich sag Ihnen, diese Insel ist der Flucht! Oh, Denheim! Oh, Gott, Denheim! Und Har... Besاح montrer... Die Insel ist dringend auf live. Die Insel ist ein. Zugeben, wird die Insel ist der Fluchtzeit. Aber dann... Und Har... Onmer über 에너fs! Kau Jen.